Die Uhren aus Glashütte, heute mit Glashütte Original. Ein Knaller von einer Marke, wunderschöne Uhren, eine unglaubliche Vielfalt, aber nicht für den schmalen Geldbeutel. Interessiert? Bleib einfach dran. Hallo und willkommen bei Watchmax des Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute gibt es den zweiten Teil meiner Serie über die Uhren aus Glashütte und es ist eine Marke, die meine persönliche, in Anführungsstrichen, heimliche Grail Watch in ihrem Portfolio hat. Es handelt sich um Glashütte Original. Glashütte Original ist im vollen Namen eingetragen als Glashütter Uhrenbetriebe GmbH mit den Geschäftsführern Roland von Kite und Frank Kittel. Glashütte Original ist der Rechtsnachfolger der Glashütter Uhrenbetriebe. In der DDR im Jahre 1951 wurden die gesamten in Glashütte ansässigen Uhrenbetriebe in einem Betrieb gebündelt, sodass es dort nur noch einen Produktionsbetrieb für Uhren gab. Und nach der Wiedervereinigung 1990 wurde diese Firma ins Handelsregister eingetragen als Glashütte Uhrenbetriebe GmbH. Und sie gilt weithin als der Rechtsnachfolger der meisten in Glashütte angesiedelten Uhrenbetriebe aus der ehemaligen DDR. Glashütte Original ist die Marke, also die Uhrenmarke der Glashütter Uhrenbetriebe GmbH. Und diese Marke und die Uhren dieser Marke zeichnen sich in meinen Augen durch mehrere Sachen aus. Zum einen durch eine extrem hohe Fertigungstiefe. Es wird alles im Hause gemacht vom Entwurf über die Anfertigung einzelner speziell für die Uhren gefertigter Teile. Die Montage wird im Haus gemacht. Die Ziffernblätter werden im Haus entworfen und auch gemacht. Das Ganze wird auch im Hause montiert, qualitätsgesichert. Also eine sehr, sehr hohe In-Haus-Fertigungstiefe. Was mir persönlich sehr gut gefällt, was sich aber auch im Preis niederschlägt. Ab 1864 ist die Glashütter Uhrenindustrie dafür bekannt, in einem sehr starken Maße die Dreiviertelplatinen einzusetzen, die einen Großteil des Werkes verdecken, sodass man nicht sehr viel von dem Werk sieht, weil die Platine vieles verdeckt, die aber den großen Vorteil hat, dem Werk eine höhere Stabilität zu geben. Und das ist also eines der Markenzeichen der Glashütter Uhrenindustrie. Und Glashütter Original setzt diese Platine auch weiterhin in sehr starkem Maße in ihren Uhren ein. Darüber hinaus hat Glashütter einige wirklich schöne, gute und auch nicht ganz einfach zu montierende Qualitätsmerkmale, wie zum Beispiel eine Schraubenunruhe, mit der sich eine Uhr sehr genau einstellen lässt. Aber es bedarf dafür deutlich mehr Wissen und auch mehr Handwerkskunst, als wenn man es mit einem Werk ohne Schraubenunruhe macht, was sich nicht so präzise einstellen lässt, dafür aber in der Handhabung etwas einfacher ist. Es werden Schwadenhalsfeinregulierungen eingesetzt, es wird im Hause graviert und das habe ich zum ersten Mal im Zusammenhang mit Glashütter Original gelesen. Es wird ein Glashütter Streifenschliff angebracht. Wenn irgendjemand von euch eine Ahnung hat, wie sich der Glashütter Streifenschliff von den Genfer Streifen unterscheidet, schreibt mir das bitte gerne rein. Ich habe jetzt nicht stundenlang recherchiert, aber auf die Schnelle habe ich da keine Antwort zu gefunden. Würde mich brennend interessieren. Wenn das jemand weiß, schreibt es bitte gerne in die Kommentare rein. Und wenn ihr eh schon in den Kommentaren seid und das Video pausiert habt, dann könnt ihr auch direkt ein Abo dalassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Mir hilft das ungemein und ihr verpasst keines meiner zukünftigen Glashütter Uhren Videos. Wenn ihr das macht, am besten noch gleich die Glocke aktivieren und ihr seid total auf der sicheren Seite. Glashütter Original hat fünf große Uhrenlinien. Wir haben zum einen die Senator-Kollektion, wir haben die Pano-Kollektion, wir haben die Spezialist-Kollektion, wir haben die Vintage-Kollektion und wir haben die Damenuhren-Serie, die ich in diesem Video aber ausklammere, nicht weil ich etwas gegen Damenuhren habe, sondern weil ich weiß, dass das für 99,7% meiner Zuschauer von reduziertem Interesse ist, weil der Anteil meiner weiblichen Zuschauer gerade mal bei 0,3% liegt. Insofern seht es mir nach, wenn ich die Damenuhren an dieser Stelle auslasse. Die Senator-Serie von Glashütter Original ist für mich wohl eine der vielfältigsten und auch am breitesten aufgestellten Uhren-Serien, nicht nur von Glashütter Original, sondern als allgemein. Wir haben unglaublich viele Modelle von relativ schlicht bis hin zu hochkompliziert. Ich blende euch, während ich spreche, hier auf der Seite regelmäßig Bilder ein. Eine wirklich unglaublich breit aufgestellte Serie, die auch preislich wirklich eine Ansage ist. Preise von 25.000, 30.000 Euro sind hier wirklich leicht zu finden. Und größenmäßig, jetzt muss ich mal ein kleines bisschen durchscrollen, von 44 Millimeter in einem Rot-Gold-Gehäuse, übrigens hier liegt der Preis dann über 25.000 Euro, bis hin zu Weißgold und Platin, ganz schlichte Ausführungen. Im Programm ist ebenfalls ein Tourbillon limitiert auf 25 Stück weltweit. Rosé-Gold-Gehäuse, Preis 120.000 Euro. 120.000 Euro. In der 42 Millimeter Variante liegen wir dann bei 99.900 Euro. Extrem schöne Uhren, aber auch. Und jetzt zeige ich euch auch ein Bild, wie ich finde, etwas barock. Nicht für jeden Tag, aber hochgradig, außergewöhnlich. Die Uhren der Senatorserie, insbesondere wenn wir in den wirklich hochgradig individuellen Bereich kommen. Eine andere auf 25 Stück limitierte Version liegt beim Preis von 150.000 Euro. Hier geht es richtig ins Geld und die wenigsten von uns werden das wohl aus der Portokasse bezahlen können. Ja, das ist die Senator-Reihe von Glashütte Original. Ich glaube, nicht umsonst heißt diese Serie Senator, weil sie ist eben wirklich ganz oben angesiedelt. Es gibt aber auch vergleichsweise günstige Uhren der Senatorserie mit 21.000 Euro im Edelstahlgehäuse. Beziehungsweise auch ganz einfache Variante mit dem Großdatum, aber ansonsten keine weiteren großartigen Komplikationen für knapp unter 10.000 Euro. Immer noch unglaublich viel Geld, aber die Spanne zeigt, wie groß diese Serie ist. Von Uhren knapp unter 10.000 Euro bis hin zu Uhren, die mit 150.000 Euro in der Liste stehen. Bei einigen Uhren steht sogar dabei, Preis nur auf Nachfrage. Hier lässt sich nur mutmaßen, dass der Preis wahrscheinlich bei diesen Uhren sogar jenseits der 150.000 Euro Grenze liegt. Bei der Pano-Kollektion steht die Asymmetrie im Vordergrund. Also kein bewusst symmetrisch ausgelegtes Ziffernblatt, sondern ein bewusst asymmetrisch ausgelegtes Ziffernblatt mit der Stundenanzeige, der Zeitanzeige in Kreisform aus der Mittelachse herausgehoben, um auf den anderen Flächen Platz für andere Anzeigen zu machen. Was bedeutet, dass die Zeitanzeige selbst bei einer Uhr von 44 mm Durchmesser vergleichsweise klein ist, weil es ist ein Kreis im Kreis und dementsprechend ist der Durchmesser dann entsprechend kleiner geworden. Für mich wird hier, für mich ganz persönlich, wird hier doch zu stark die Funktionalität der Zeitanzeige dem Design geopfert. Mich stört das etwas, das ist also eine der Serien, die mir nicht hundertprozentig gefällt, abgesehen davon, dass ich sie mir wahrscheinlich auch gar nicht leisten können wollen dürfte, mit einem Preis von um die 20.000 Euro für die einfacheren Modelle. Optisch superklasse Rosé-Goldgehäuse, wunderschön tiefschwarzes Ziffernblatt, goldene Zeiger oder auch in grün gehaltenes Ziffernblatt. Absolut superklasse, eine Uhr mit einem gioschierten silbernen Ziffernblatt mit Streifen drauf und einem Blick ins Werk wirklich schön anzuschauen. Aber hier in meinen Augen ganz klar die Funktion etwas dem Design geopfert, was man auch bei der Pano Inverse sieht. Wirklich supertolle Uhr bei einem Preis von 10.500 Euro im Rahmen dessen, was Glashütte Original bereit ist an Preisen aufzurufen. Gar nicht so teuer, wie gesagt, im Rahmen der Preise von Glashütte Original. Bitte nicht absolut. Absolut ist das immer noch unglaublich viel Geld. Erstaunlich, wie individuell die Uhren auch sind und wie viel Liebe in diese Uhren gesteckt wird, um sie innerhalb der gleichen Serie einzigartig zu machen. Das ist auch etwas, was ich bei allen Glashütte Originaluhren gesehen habe. Aber selbst innerhalb der einzelnen Serien wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass jede einzelne Uhr innerhalb der Serie einzigartig bleibt und trotzdem verbinden alle Uhren der Serie bestimmte Elemente, um sie in dieser Serie auch zusammengehörig zu machen. Das finde ich sehr beeindruckend gemacht von Glashütte Original und habe ich in der Art und Weise bei ganz, ganz wenigen Uhrenmarken wahrgenommen, dass sich Uhren so stark unterscheiden können und doch trotzdem so leicht erkennbar zu einer bestimmten Serie gehören. Das finde ich bei Glashütte Original wirklich beeindruckend. Die Serie Spezialist von Glashütte Original ist komplett anders als die beiden bisher gezeigten Senator und Pano und trotzdem, finde ich, passt sie hervorragend in das Portfolio von Glashütte Original. Es handelt sich um sportliche, robuste Uhren, die aber teilweise trotzdem mit sehr edlen Materialien aufwarten. Eine Taucheruhr mit 43,2 mm Durchmesser in einem Edelstahlgehäuse mit einer Rotgoldlünette, Preis 14.800 Euro, ist natürlich eine Ansage. Da bekomme ich auch andere Uhren für, mit denen ich vielleicht etwas bedenkenloser, rücksichtsloser schwimmen oder tauchen gehen würde. Aber die Optik ist wirklich klasse, gefällt mir sehr gut und alleine die Liebe der goldgefassten Indizes auf dem mit einem Sonnenschliff versehenen Ziffernblatt, klasse, gefällt mir super gut. Auch wenn ich nicht auf Bicolor Uhren stehe, muss ich sagen, eine Uhr mit einem Edelstahlgehäuse und einer Rotgoldlünette und Rotgoldkrone hat was. Das ist so dezent, dass es sogar mir gefällt, obwohl ich, wie gesagt, sonst überhaupt nicht auf Bicolor stehe. Die Uhren sind auch bis 30 Bar wasserdicht, also bedenkenlos einsetzbar. Das Werk, wie gewohnt, wunderschön veredelt, außergewöhnlich, nichts von der Stange. Wirklich tolle Uhren. Natürlich gibt es die Uhren auch nicht nur im Stahlgehäuse, sondern auch im Rotgoldgehäuse mit unterschiedlich farbigen Ziffernblättern. Aber die Serie Spezialist ist nicht ganz so breit aufgestellt wie die Serien Senator und Pano. Es sind eben Sportuhren für einen bestimmten Einsatzzweck und da passen sie auch sehr gut hin. Preislich natürlich auch hier kein Schnäppchen. Aber ich denke, Preiswert im Sinne von die Uhren sind den aufgerufenen Preiswert. Die letzte Serie, die ich euch gerne vorstellen möchte, ist die Vintage-Reihe. Und bevor ich mich etwas näher mit Glashütte Original beschäftigt habe, ist die Vintage-Reihe für mich persönlich eigentlich das Gesicht von Glashütte Original gewesen. Nachdem ich jetzt die anderen Reihen kenne, weiß ich, dass das auch nur ein kleiner Ausschnitt der Uhrenwelt von Glashütte Original ist. Aber das ist für mich immer noch die Glashütte Original Uhr, auch wenn ich weiß, dass das rein von der Menge der Uhren innerhalb der Serie nicht stimmt. Hier sind die Serien Senator oder Pano deutlich präsenter. Ich mag die Vintage-Reihe unglaublich gerne, auch wenn ich nicht so wirklich auf Dress verstehe. Aber ich mag die Art der arabischen Zahlen. Ich mag den Stil der Uhr. Ich mag das gewölbte Ziffernblatt. Ich mag das Großdatum sowieso. Ich mag das veredelte Werk. Wirklich tolle Uhren. Und auch der Preis zumindest bei den runden Dreizeigeruhren immer im Verhältnis zum Gesamtportfolio von Glashütte Original erschwinglich. Sie gehen bei 7.000, 7.800 Euro los. Teilweise auch schon knapp unter 7.000 Euro. Immer noch ausgesprochen viel Geld. Aber verglichen zu den Preisen von 15.000, 25.000, 30.000 Euro für die Standarduhren. Von der anderen Kollektionen ist das hier durchaus sehr human und erschwinglicher. Ich will nicht sagen günstig, aber erschwinglicher. Und mein persönlicher Favorit ist aus der Vintage-Reihe eine Uhr der 70s-Unterserie und hier der 70s-Chronograph in Blau. Eine absolute Traumuhr, für die ich wirklich richtig schwärme. Aber sie ist mir definitiv vom absolut aufgerufenen Preis her zu teuer. Sie ist mit großer Wahrscheinlichkeit den aufgerufenen Preis wert. Aber sie ist mir zu teuer in dem Sinne, dass ich nicht bereit bin, für eine Uhr so viel Geld auszugeben. Der 70s-Chrono in Blau am Stahlband kostet Liste 13.000, 14.000 Euro. Das ist für mich und für meine Herangehensweise ans Sammeln viel zu viel Geld. Einige werden jetzt in die Kommentare schreiben, dann verkauf doch deine halbe Sammlung und dann kannst du sie dir leisten. Ja, könnte ich wahrscheinlich. Aber ich mag auch meine Sammlung, ich mag es auch zu wechseln und ich mag die Vielfalt. Und ich mag nicht alles auf eine Karte setzen. So viel also zum Thema Glashütte. Original. Ich finde die Uhren super klasse. Ich finde den eigenständigen Stil und die Sprache von Glashütte original super. Die Preise sind natürlich ein Selektionsfilter, der ganz klar zeigt, hier musst du schon ein relativ dickes Portemonnaie mitbringen. Ansonsten wirst du hier nicht fündig werden, denn die Preise gehen, wie ich euch eben gezeigt habe, erst im mittleren vierstelligen Bereich hoch und gehen dann auch bei einigen limitierten Uhren gerne über die sechsstellige Grenze. In diesem Sinne, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Bleibt gesund, erfreut euch an euren eigenen Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.